Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen ein richtig leckeres hohen Ladengericht aus Brutenschnitzel. Dabei variiere ich immer mit der Füllung. Hier zum Beispiel verwende ich dieses mal Zucchini und Schinken und das ganze überbacken wir dann im Ofen. Aber es muss auch eine richtig leckere Sahnesauce dazu entstehen und wie das geht, das zeige ich euch. Aber erstmal klopfe ich die Schnitzel platt und fülle sie mit der Zucchini, mit dem Schinken und ein bisschen Parmesan. Ab zuvor wird sich das Schnitzelfleisch erst mal mit Salz und Pfeffer. Okay, mm, 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 Und gown, Soll ich sie zu tun, Bi hast ne? Das heißt, So, damit die Roulade zusammenhält, verwende ich eine Rouladennadel. Die Seiten, ob die offen sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Erstens, wir haben ja kein Käse im Einsatz, der auslaufen kann und wenn Geschmack ausläuft, dann geht dieser Geschmack nachher in die Sahnesauce hinein im Ofen. So, wir haben jetzt die Rouladen fertig zubereitet und jetzt geben wir Öl in die Pfanne und braten dort die zwei Rouladen an. Natürlich braten wir die Rouladen möglichst auf allen Seiten an und es kann auch nicht sein, wenn wir die Rouladen von außen noch etwas salzen. Währenddessen können wir schon mal die Zwiebel klein schneiden, weil die geben wir, nachdem wir die Rouladen wieder aus der Pfanne herausgenommen haben, in die Pfanne hinein und schwitzen sie an. Um die Zwiebeln anzubraten, nehme ich noch ein schönes Stück Butter dazu. Als nächstes löschen wir das Ganze mit Weißwein ab. Weiter geben wir dann noch Wasser hinzu und Brühpulver, am besten natürlich selbstgemachtes. Die Zeit, wo jetzt das Ganze noch etwas einkocht, können wir nutzen, indem wir die restlichen Zucchini- Scheiben in Stifte schneiden und den Schnittlauch klein schneiden. Dann geht es weiter mit der Sauce, indem wir die Sahne hinzugeben und die weiteren drei Zutaten, Parmesan, den Schnittlauch und die Zucchini-Stifte. Um die Sauce dann etwas sämiger zu machen und nicht einkochen zu müssen, geben wir jetzt Stärke in eine kleine Schüssel, geben Wasser hinzu, rühren das Ganze gut durch und geben es dann tröpfchenweise in die kochende Sauce hinein. Mittlerweile haben wir den Ofen jetzt auf 200 Grad oben und unten vorgeheizt, weil jetzt geben wir die Sauce in eine Auflaufform und darauf dann die zwei Rouladen. Damit das Ganze noch ein bisschen käsig wird, nehmen wir noch vier Emmentaler Scheiben und mit diesen bedecken wir dann die Auflaufform komplett ab. Die Pudel Rouladen, die kommen dann für 25 Minuten in den Ofen. Wer natürlich das Ganze ein bisschen knuspriger oder mehr farblich ansprechender haben möchte, der stellt den Ofen auf 220 beziehungsweise 230 Grad ein. So, jetzt geben wir uns so eine schöne Roulade auf den Teller. Als Beilage habe ich Reis und Kürbis Gemüse gewählt und ich finde das ist ein richtig schönes Gericht, was so richtig schön in die Zeit passt. Natürlich gebe ich auch noch ordentlich Sauce auf den Teller, selbstverständlich. Und ich glaube, ihr müsst mir recht geben, das Ganze sieht super lecker aus und ihr könnt mir glauben, das schmeckt auch richtig lecker. So, aber wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Dobbys Kochstunde. Ich hoffe, ich habe euch Appetit gemacht und ich hoffe, ihr kocht mal dieses schöne Gericht nach. Es ist sehr einfach zuzubereiten und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, mein Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal, mein Lieben.